130 Jahre Sozialdemokratie, 130 Jahre 1. Mai haben gezeigt, was die SPÖ in dieser Zeit für die Menschen in unserer Stadt, in unserem Land erreichen konnte. Gerechte Arbeitsbedingungen, ein optimales Bildungssystem, leistbaren Wohnraum. Und was gerade in diesen Tagen besonders wichtig ist, ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Aber es kommen auch große Herausforderungen auf uns zu. Und ich bin überzeugt, dass wir es so wie in der Vergangenheit auch jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft zeigen werden, dass wir es können. Dass wir gemeinsam mit den Menschen in unserer Stadt auch diese Herausforderungen meistern und diese Stadt auch in Zukunft zur lebenswertesten Stadt weltweit machen. Wir werden niemanden zurücklassen. Ich kämpfe um jeden Arbeitsplatz in unserer Stadt. Und wir kämpfen vor allem auch für soziale Gerechtigkeit, für das Miteinander. Und wir haben viele Visionen, viele Vorstellungen vor für die Zukunft dieser Stadt. Und ich möchte Sie einladen, gemeinsam mit uns diesen Weg zu gehen. Und wir schauen uns an, 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 wir schauen uns an,